Und, bin ich schon tot? Ne, ich lebe noch. Und? Hast du schon auf den Sack gekriegt hier? Schön. Oh. Kommt der denn her? Ich meine, ich komme ja nicht mal die Kisten hier rauf, ey. Das soll das werden hier. Ja. Wir sind in Führung. Okay, Nummer drei. Okay, Nummer vier. Sehr gut, ich stehe noch bei null. Ach, wo seid's denn hier alle, Mensch? Na jo. Ich töte heute niemanden, glaube ich. Was? Warum? Das ist so ein richtig mieser Montag. Dann als nächstes Mal. Wer hat euch denn da hinterlackt? In dem Haus, am Fenster. Na komm raus, da. Auch Granate. Boah, Empverein jetzt erst mal. Oh ja, hab ich auch. Wahnsinn. Ich sehe überhaupt keinen. Ey, wo sind die denn alle hier? Ich will mich verarschen. Oh, das bist du so. Oh, das bist du so. Ich hab's auch ganz lange gedacht, dass ich das mal mache. Aber hab ich mir selber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, ich hab drei Gegner gesehen, bis jetzt. Da drüben. Wurde von allen dreien getötet. Ich, äh, schlecht. Ja. Äh, Club heute ist echt nicht mein Tag. Das, das merkt man irgendwie. Na ja, gut. Feind an der Baustelle. Und ich hab wohl noch eine Steheessen. Kommt auch wieder dazu. Und wieder tot da oben am Fenster gerade gesehen. Wo ist er denn? Da oben im, der hockt im Baum. Ach so. Das hab ich ja auch noch nicht gesehen. Im Baum. Aha. Das ist mir auch neu. Das finde ich auch sehr interessant. So sein soll. Zweifel, ich hab mal ganz stark. Was huscht er denn immer hin und her da? Jetzt bleibt doch mal stehen, da unten. Ey. Was? Wo denn? Was ist denn mit ihm los? Ach, das war nicht der. Oh, erster Kill. Ist er da? War überhaupt nicht schlecht. Und gleich wieder gestorben. Ja. Cool. Ich hab 320 Punkte dafür. Ach so, das ist ja doppelt XP auch. Ich hab mich schon gewundert. Okay. Stimmt ja. Alles gut. Oh, ich bin so ne dumme Nutte. Wirklich, ich kann, ne. Also wirklich. Es ist nicht. In dem Moment kommt der, ducke ich mich, weil ich leise sein will. Dann kommt der natürlich. Bei der Baustelle sind sie. In der Mitte. Die sind hier gerade gefüllt überall. Oh, Clusterschlag hier, aber irgendwo in der Mitte. In dem Haus, mir kann nichts passieren. Na ja, gute Idee eigentlich. Lass ich auch mal machen. Wer hat ihn gerade getötet. Verbündete Drohnen sind in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Reicht am Wasserloch. Oh Gott, ey ich da um die Ecke. Wir liegen in Führung. Achtung, verbindet der Präzisionsumschlag im Anflug. Oh ey, komm schon. Hier ist sonst immer irgendwo einer hier oben. Was ist denn los? Wo sind die denn jetzt? Hm? Noch da unten, jetzt ist es dann ernst, ey. Bastard. Jawohl. Mal einlassen meine Klemme. Was ist denn mit ihm? Der hockt hier wirklich hier oben. Das gibt es doch gar nicht. Sieht aus wie eine ausgestopfte Puppe da in der Ecke. Und dann bewegt er sich auf einmal. Nein, nein, nein. Ja, was denn? Wer denn? Was willst du denn? Oh, ich bin aber auch schlecht, ey. Krass. Ach, mit der X16. Mit seiner Schallgenämpfung. Pistole. Mal so nebenbei. Genau. Krass. Wohl die Megapistole. Ja. Ja. Oh Mann, da kommt schon der nächste Bastard. Er hat einen Waffenaufstieg gehabt, ja. Freut mich ja für ihn. Schieß doch mal. Was ist denn hier, Mann, Alter? Ja, ist klar. Und ich renne wieder genau in die falsche Richtung. Chance ist 50, 50, 50. 50, 50. 50, 50. Und ich renne natürlich wieder da lang. Ist klar. Bloß. Und ich renne. Boah, hab ich auch mal Glück gehabt. Nein, Glück, ey. Boah, ey, da kommen denn wieder zwei auf einmal. Ich hör dich doch. Wo ist denn die Hure? Hä? Ich hab da die Schritte gehört. Na ja, null Kills sind es dann doch nicht geworden. Ein paar mehr waren es noch. Bis dann. Aber auch nicht viel mehr. Na, geht ja noch. Sieben, zehn. Dafür, dass ich mit 0,6 gestartet bin, glaube ich. Ja, wenn du das ja auch. Oh, das ist schon ganz okay. Kommt. Und, hast du die RRM mal weiter getestet? Ausgiebig? Ich hab grad in der Runde gespielt, ja. Gefällt mir ganz gut. Ja, hab ich auch gerade noch mal reingenommen. Nix freigeschaltet hier für das Ding. Hm. 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 Auf peak. Geil. Wenn es mal richtig läuft, dann wird dir einfach die Landlatt, ähm, ähm, na, Dings. Die Map von Lattse. Er tisch. Er tisch. Er tisch. Er tisch. Boah, was ist so? Hm? Was? Haben wir jetzt ganz fertig. Was nehme ich denn jetzt? Wo war ich denn jetzt hier gerade beim Unterlauf? Naja, komm. Ich werde einfach abkacken, so wie gerade eben auch schon. Sehr gut. Das wäre doch mal was Schönes. Von wem wurde ich denn hier schon gesehen? Gute Frage. Sehr ulkig. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, habe ich Sniperd von da hinten. Sehr gut. Nee, nee. Oder? Ich habe schon verstanden. Ich platziere Claymore. Magazin wechseln. Oh, hier ist einer, langer Gang. Ja, genau. Und wo da war einer. Ich habe ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich tot habe. Oh, ich ziele aber auch wie Oma schon wieder. Krass. Schön daneben geschossen. Einmal ringsherum. Siluetten schützen wieder. Äh, auf jeden Fall. Siluetti. Aber diesmal recht großzügig sogar. Mann, du dumme Sau. Du siehst mich natürlich genauso. Den habe ich gar nicht getroffen. Ist auch interessant. Ah, jetzt aber. Ach komm, geh mal. Ja, genau. Hä, der ist doch an meiner Claymore vorbeigerannt da. Oh, da. Direkt ein Raketenwerker. Weil die die Falschwurm aufgestellt hat, die Nutte. Boah, fast tot, ey. Wenn ich hier lang renne, wieder. Ey, ich gehe nur auf. Oh, Mann, oh. Wer hat dich denn da jetzt... Ich gehe mal anlassig. Ich gehe mal hier lang. Da hinten läuft aber... Na, da war aber ein Treffer dabei, wenigstens. Also, da ist da gar nichts dabei. Aber kannst du mir nicht erzählen, hier. Von wieder weg. Sniper, was war? Ja. Kaja, der wird jetzt jetzt losziehen. Ja. Ich bin schickend zu durchsagen. Wie die Runde davor war, so scheiße wird die hier. Aber es kommt. Nein, hier ist er. Dummes Schwein. Oh, ich glaube, das war nicht clever von mir, das da hinzuwerfen. Na ja, gut, eh, all. Na ja, die blaue Kiste da, Alter. Ah! Ja, die blaue Kiste. Oh, ich bin dumm. Wieso? Aber wenn du da, wenn du die haben kannst, dann nimm sie dir mal. Ich bin eh tot jetzt. Woanders lang gelaufen und war mir zu fällig. Äh, deswegen hab ich ein bisschen dumm platziert. Oh, Gott sei Dank, ey. Die Tür zu. Nimmt sich aber auch keiner, weil die liegt immer noch da. Ey. Ey, was? Ich gucke für den Bruchteil einer Sekunde wieder zu der Tür und in dem Moment kommt die dumme Ratte da einfach angerannt. Na ja. Ich wurde vom Arschflugkörper getötet. Ja. Auch ein beliebter Tod. Oh, beweg dich. Jetzt springt der raus in der Sekunde. Hast du ein Glück, du dummes Arschloch. Ich hab ihn. Aber es ist wenigstens. Na ja, gut, danke. Jawohl, einer an die Claymore gerannt. Arschloch, kill mal wieder. Was ist denn jetzt los hier? Boah. Boah. Da, den hab ich. Ja, genau, der war unten bei euch an der Haustür. Schlag. Boah, Gott. Glück gehabt. Nein, jetzt kommt er doch von da. Nimm noch mal die Waffe von dem. Es ist so klar. Der wirft. Ich hab's gewusst. Weil du. Ah, nee. Ich hocke aber halt auch wie so ein dummes Arsch noch nur hinter der Tür. Ja, dann passiert natürlich sowas. Ach, nee. Nee, jetzt kommt der Marschflugkörper. Mann, da drüben. Wat so. Na los, wirf ab jetzt hier den Mist. Clusterschlag, okay. Mal gucken, wo wir den einsetzen können hier. Vielleicht mal hier die Treppe hoch. Ich hab ja einfach mal da hinten den Clusterschlag eingesetzt. Mal gucken. Ja, ich denke. Nein. Ich wollte die Granaten zu gut werfen. Nee, noch nix getroffen bis jetzt. Aber. Nein, der Marschflugkörper von denen. Rutsch hier rein. Nein. Was passiert denn hier, ey? Jawohl. Wieder einer an die Claymore gerannt. Es ist nach wie vor hinter 40. Aber das ist halt effektiv. Muss man halt sagen. Ja. Ach, nee. Ey, da hockt der. Ich gucke genau in den falschen Moment zur anderen Seite. Wahnsinn. Echt. Die Runde läuft überhaupt nicht. Kontakt! Ich bin weich jetzt. Oh, fuck! Mann, wer steht mir denn am Weg? Jetzt wurde ich abgeknallt, ey. Oh, wir müssen nur ätzen. Mann. Verbindete Vorräte unterwegs. Ah, endlich. Geil, hier sind alle tot. Wunderbar. Nee, geh woanders lang. Ja, das hat mir nämlich gedacht, dass mir dann im Rücken geschossen wird. Das war wieder klar. Was ist denn mit ihm? Ey, schon wieder die dumme Nutte. Boah, nee, ey. Zurückfallen, Soldat. Wir kämpfen an einem anderen Tag wieder. Aber ich glaube, bei mir ging es diesmal die Runde dafür ganz, ganz gut. Oh ja. Hä? Mit ihm Schuss? Was war denn das jetzt? Was hat denn der für eine Waffe gehabt? Ein Sniper, wahrscheinlich, denke ich mal. Ach so. Okay. Okay. Was hattest du denn jetzt? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich glaube, 8 zu 14. Ah, okay. Geht schlimmer. Got it. Okay. 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 Vielen Dank.